Tropen-Trump ist der Spitzname des neu gewählten Präsidenten von Brasilien. Dabei ist das vermutlich noch untertrieben. Jair Bolsonaro gilt als offen homophob, rassistisch und sexistisch. Dazu ist er ein ausgewiesener Anhänger von Folter. Während seine Gegner eine Diktatur fürchten, feiern seine Anhänger, dass sie nach Korruptionsskandalen und einer schlechten Wirtschaftspolitik die linke Führung los sind. Tausende sind an den Strand von Rio de Janeiro gekommen, um den neuen Präsidenten zu feiern. Sie alle hoffen, dass er etwas in ihrem Land ändern wird. Die Brasilianer sind endlich aufgewacht. Wir wollen eine Veränderung und die linke Arbeiterpartei nie wieder an erster Stelle haben. Die anderen Politiker sind alle Kriminelle. Bolsonaro ist viel echter und ehrlicher. Er ist ein Patriot und will Verbesserungen für Brasilien. In seiner Siegesrede tritt Bolsonaro den Warnungen seiner Gegner entgegen. Er sei eine Gefahr für Brasiliens Demokratie. Ihr seid meine Zeugen, dass ich ein Verteidiger der Verfassung, der Demokratie und der Freiheit sein werde. Das ist nicht das Versprechen einer Partei oder die Rede eines Mannes. Das ist der Schwur zu Gott. Neue, versöhnlichere Töne von einem, der als rechtsextrem gilt und in der Vergangenheit gegen Frauen, Homosexuelle und Schwarze gehetzt hat. Im Januar wird Bolsonaro sein Amt antreten. Dann wird sich wohl das Klima Brasiliens spürbar verändern.